So, grüßt euch. Ich wollte euch schon mal was zeigen und zwar wenn man sein Formicarium ein bisschen erweitern möchte, kann man auch solche Karaffen kaufen. Sie sehen das quasi so aus. Dann kann man sein Formicarium doch ein bisschen erweitern. So ein kleiner Laufstahl quasi. Und das kann man dort, kann man zum Beispiel auch lebende Insekten reingeben oder spezielles Futter, was vielleicht nicht unbedingt in der Arena ist. Vielleicht auch Dinge, die recht einfach auszuwechseln sind, ja. So, und ich habe das hier jetzt quasi heute eins gekauft für 5,99 Euro bei Grafstadt. Ja, meine Karaffe. Habe jetzt hier zwei Löcher reingemacht, den Kork. Und einen Schlauch dran befestigt. Ansonsten habe ich hier noch so ein kleines Gitter dran gemacht. Damit die auch ein bisschen Luft bekommen. Ist nicht sehr viel, aber sollte hoffentlich reichen. Gut, und das wird dann einfach hier drauf gesetzt. Und der Schlauch kommt dann hier so dran. Das ist dann quasi wie hier auch. Dann geht der Schlauch quasi hier, wie man so sieht. Und geht dann hier rein. Recht einfach zu basteln. Braucht ein Schraubenzieher. Und sonst braucht ihr nicht viel. Ja, danke fürs Zuschauen.